Ich bin ehrlich, so einen richtigen Reim. Ja, den kann ich mir auf die heutige Kursentwicklung im deutschen Aktienindex nicht machen. Nicht, dass das überraschend kommt. Wer meine Shorts erfolgt, weiß, heute früh habe ich die Short-Seite favorisiert, passt ganz gut zusammen. Das hat auch richtig gut geklappt, ist direkt in den Gewinn gelaufen. Also immer auch unseren Kanal abonnieren. Nichtsdestotrotz, wie geht es jetzt im DAX weiter? Was machen wir vor dem morgigen Feiertag? Und da, ja, da habe ich tatsächlich so ein, zwei Fragezeichen. Und damit herzlich willkommen zum heutigen DAXer Mittag. Ich freue mich natürlich, wie immer, dass ihr dabei seid. Wie immer ist das Video keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Und natürlich spiegelt dieses Video auch nur meine Meinung wieder. Und ja, wie ist meine Meinung zum deutschen Aktienindex? Vielleicht mal meine Meinung zum leichten Rotton heute. Nein, ich bin nicht im falschen Milieu unterwegs, sondern ich habe meine Rollos runtergezogen. Die werfen aktuell so ein rotes Licht. Das hilft auch momentan meine Beleuchtung nicht. Nichtsdestotrotz soll ja unser deutscher Aktienindex im Vordergrund stehen, aber nicht, dass ihr euch wundert. Ja, wie sieht es beim DAX aus? Der DAX liegt momentan im Minus. Ihr seht es hier, knappe 60 Punkte. Wir haben insgesamt eine bärische Basis, also ein bärisches Sentiment, weil, ich sage mal, die Marktbreite ist ganz klar negativ. Gleichzeitig sind die Bullen im DAX, also die privaten Träder eher auf der Longseite unterwegs, was auch ein bärisches Sentiment ist. Was mich ein bisschen verwundert, sind zwei Aspekte und zwar im unteren Bereich der Grafik. Zum einen der deutsche Aktienindex deutlich schwächer als die US-Märkte seit Beginn der Woche. Und zum zweiten der VDAX-Nio, also der Volatilitätsindex, der Angstmesser kommt auch ein bisschen zurück. Der DAX fällt und der VDAX fallen, also irgendwie passt das nicht ganz so gut zusammen, zumindest von meiner Seite aus nicht. Und dann natürlich auch die relative Schwäche. Wie erkläre ich mir das? Ganz einfach. Schauen wir mal auf den deutschen Aktienindex, machen das Ganze ein bisschen größer. Für mich ein Umstand, wo ich sagen würde, der Markt bereitet sich so ein bisschen auf den morgigen Tag vor. Bei uns wird ja morgen nicht gehandelt. Gleichzeitig kriegt es in den USA die US-Zinsentscheidung. Und es sieht so aus, als wenn der Markt bei uns da so ein bisschen ruhiger tritt, ein bisschen abwartet, als wenn man zumindestens mal Positionen bereinigen muss, sicher ist sicher. Und das den Markt unter Druck gebracht hat. Und es muss man ja auch ganz klar sagen, ja, der Markt ist heute früh mit jeden, also bis zum frühen Vormittag, frühen Mittag, Entschuldigung, relativ geradinnig gefallen. Aber da war ja kein echter Druck drauf. Das war ja keine enorme Wohler. Ich meine, wir liegen auch jetzt mal gerade 60 Punkte hinten. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Nichtsdestotrotz war die Geradähnlichkeit auch seit gestern schon ein bisschen beeindruckend. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ich fange mal mit dem 30-Minuten-Chart an oder mit dem großen Bild. Da muss man ganz klar sagen, gehen wir mal in den Tagesschart. Der Markt hängt hier in seiner Range und hat heute am Tagestief so ein bisschen sich von oben entfernt. Ja, das ist weder extrem günstig noch extrem teuer. Insgesamt haben wir die Kursziele aus dem Shooting Star. Auch hier, wer den heute morgigen Short verfolgt hat, also die YouTube Shorts, der weiß, dass ich da entsprechend Short eingestellt war. Das Minimalziel mit einer 60-prozentigen Chance wurde abgearbeitet. Also hat super gut gepasst. Und das ist jetzt so eine Situation, wo ich sage, da müssen wir erstmal aus dieser Range der letzten zwei Wochen raus, damit wir neue Impulse haben. Oben uns das momentan nicht gelungen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, sind wir wieder auf dem Weg nach unten? Und ja, das Risiko hat dafür zugenommen. Aber auf der anderen Seite, ich hatte es ja schon gesagt, gerade in den kurzfristigen Zeiteinheiten, gerade auch mit Blick auf den Handel in den USA und mit Blick auf die, ja auf die, ja insgesamt auf das Sentiment, den VDAX, New und Co., kann ich das Ganze nicht so wirklich einordnen. Und deswegen mache ich es mir mal relativ einfach für den heutigen Ausblick. Ich sehe den deutschen Aktienindex mit einer gewissen Stabilisierungschance. Wir könnten hier versuchen, in Richtung der heutigen Tageshoch zu laufen, beziehungsweise eventuell dann im Hinblick auch auf die nächsten Tage in Richtung 18.200 Punkte. Das wäre so eine Möglichkeit, um nochmal Druck zu machen. Aber man muss es auch ganz klar sagen, wenn die Bemühungen ins Leere laufen, und da haben wir durchaus bei 18.1 beziehungsweise 18.1.25 einige Widerstände vor der Nase, kann das Ganze eben auch nach unten aufgelöst werden. Und ich bleibe momentan einfach bei dieser Ebene auf meinen und bei meinen grauen Pfeilen, einfach weil ich hier momentan selbst, also weder preislicher Natur, der DAX ist weder günstig noch teuer momentan auf dem aktuellen Niveau, noch, wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anschaut, irgendwie einen größeren Vorteil entweder Long oder Short sehe. Und deswegen bleibt es bei meinen grauen Pfeilen. Muss auch mal sein, wir haben ja heute Morgen mit unserem Short-Trade schon den, ja ich sag mal, den Gewinn in trockenen Tüchern gebracht. Auch gestern. Soweit erstmal dazu. D-Trading. D-Trading ist immer noch ein bisschen was anderes. Hier sieht man, dass der Markt aktuell in einer gewissen Erholung ist. Die Erholung kann sich eben noch bis in den Bereich von 18.090 Punkten, beziehungsweise 18.100 Punkten fortsetzen. Vielleicht auch zum gestrigen Schlusskurs, aber das wären in meinen Augen Bereiche, wo der Markt nochmal zurückkommt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest nochmal den Point of Control testen. Also vom heutigen Handelstag eventuell auch darunter. Sprich, dass man nochmal den Bereich um 18.035 Punkte testet, eventuell sogar das Tagestief. Aber da muss man eben auch sagen, die US-Indizes müssen dann natürlich auch mitspielen. Der DAX hat ja schon nach unten deutlich vorgelegt. Sprich, die US-Indizes müssten auch erstmal fallen, müssten auch aufholen. Also das ist schon eine relativ vage Kiste. Und deswegen, kurz zusammengefasst, deutscher Aktienindex momentan für mich auf dem großen Bild keine wirklichen Handlungsbedarf, keine wirklichen, also großes Bild in Anführungsstrichen. Also da bleiben die Aussagen von gestern und Co. natürlich bestehen. Aber in dieser Range kein zwingender Handlungsbedarf zum aktuellen Kurs. Mit Blick auf das Intradetreiben läuft aktuell eine gewisse Erholungsbewegung. Die kann man als sehr kurzfristiger Swing- und Skalb-Trader, naja, als Skalber ja, aber als Swing-Trader ist der Einstieg schon relativ spät. Da würde ich eher in den Widerstandsbereich mal nach potenziellen Top-Formationen und nochmal neuen Verkaufsaktionen Ausschau halten. Das wäre so mein Rahmen, in dem wir uns bewegen. Man könnte auch hier zusammenfassend sagen, also beim aktuellen Kurs von 18.062 Punkten sehe ich auch keinen direkten zwingenden Handlungsbedarf. Ich würde eher versuchen, nochmal nach Ende der Erholung in den Widerständen shorten zu wollen. Und da würde ich gucken, ob wir uns in Richtung 18.045 Punkte bzw. darunter fortsetzen können. Wenn ja, alles im grünen Bereich für den Short. Wenn nein, dann eventuell auch mal auf dieses oder an dieses bullische Szenario denken. Ja, leider heute nicht die besten Ausgangssituationen für konkrete Trading-Ideen, aber das holen wir vielleicht dann am Donnerstag nach. Morgen gibt es keinen DAX am Mittag. Deutsche Börsen haben auch geschlossen. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, falls ihr jetzt noch handeln wollt, zum Beispiel in den USA. Ich wünsche euch da auf alle Fälle gutes Gelingen. Von meiner Seite aus habe ich nicht mehr zu erzählen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid natürlich am Donnerstag wieder dabei.